Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Yunjin unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup, Korrekturmaßnahmen, Sprengfalle, Sprintboost und kalter Rückenschauer. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Let's go! Selbstverständlich, Leute. Oh, Schutzwald. Sehr cool. Die neue Schutzwald-Version auch wieder. Ich finde es irgendwie auch lustig, dass sie den Schutzwald jetzt so ein bisschen aufgepeppt haben. Weil, wenn man mal ehrlich ist, Schutzwald, diese Glüfe lächelt mich da schon wieder so an. Demo? Lul. Da ist sie. Ich will sie nicht angucken. Demo? Where you at, Bro? Er hat eben in meine Richtung geguckt, zumindest. So, was ist jetzt mit der Glüfe schon wieder am Start? Wenn ich die angeguckt hätte, dann hätte ich irgendwie, wäre ich One-Hit gewesen oder sowas, ne? Ist ich das richtig? Drei Leute arbeiten an Generatoren, Leute. So muss es. Schön, dass wir keine Map-Wetten haben. Sorry, Jazzy. Projekturmaßnahmen schon einfach fünf Stacks, Leute. Jetzt können die Mates die Skillchecks verkacken, wie sie lustig sind. Was niemals passieren wird, aber hey. Sie könnten, wenn sie wollen, würden. Oh, da geht's in den Keller. Hier geht's sogar weg. Gut. Ich geh dann retten. Und zwar, so schnell's geht. Einfach nur, damit er nicht direkt wieder zurückkommen kann. Ace. Ich glaube... Ah, ne. Er ist schon in der Verfolgungsjagd wieder. Doch, der kommt schon wieder zurück. Ace, lauf! Erstmal wieder mein Generator. Dance before friends. Boah! Was? Was hast du denn für lange Krallen? Geh mal wieder zur Maniküre, ey. Was ist da denn los? Das ziehe ich jetzt direkt, Leute. Ja, oh, was war denn da für ein Lag? War schon länger nicht mehr. Mit dem Springen funktioniert gerade noch nicht so gut, zum Glück. Komm auch in den Keller, oder? Will er mich in den Keller haben? Ich weiß es nicht. Das wäre geil, wenn die Fang jetzt noch ihren Generator fertig macht. Ähm... Die beiden hier vorne wird eher kritisch, glaube ich. Vor allem, das sind noch beides garantiert Mates, oder? Weil die sehen identisch aus. Er hat seine Fingernägel geworfen. Ist halt echt so, ey. Der Hit war schon sehr, sehr wild. Ich würde dann auch gerne zu meinem Generator erstmal laufen. Es sei denn, der hat, ähm, Dingens dabei. Wir schaffen das. Ne, okay. Dann den Generator schnell durch. Noodle. Der andere rennt jetzt hierher, ne? Nicht sein Ernst wieder. Komm, ihr seid doch wohl Cremates. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Könnt ihr eure Oma erzählen. Wo hat er den anderen verloren? Man weiß es nicht. Ich würde gleich mal... Einmal schnell mal das Medikit rein trümmern. Jetzt ist da hinten ein... Na egal. Ich werde jetzt mein Medikit nutzen. Und dann kann ich hier an den Generator wieder rangehen. So, Nescat. Moin moin. Willkommen im Stream. Jetzt hat noch niemand den Dingens verkackt. Leute, verkackt doch mal eure Skillchecks. Wozu nehme ich denn... Korrekturmaßnahmen mit? Fragen wir lieber den Bot. Ich weiß es ja selber auch nicht. Ach, herrlich. Genau. Giveaway ist noch offen, Leute. Wenn ihr das neue Chapter von DVD noch nicht habt, dann habt ihr die Chance, es hier zu gewinnen. Ausrufe zeichnet sein. Let's go. Äh, da hinten. Okay. Die Fang, ey. Die ist wirklich flink unterwegs. Ist ja auch eine Fang. Ähm. Ich hoffe, dass sie... Ja, die sind zu zweit. Dann schaffen sie den Generator auf jeden Fall noch. Ich glaube, der Demo hat halt als Slowdown auch nur Tana dabei. Das reicht dann halt tatsächlich auch nicht so wirklich, ne? Tana ist halt wirklich... von den Prozentzahlen natürlich irgendwie lächerlich gering. Wenn er zu mir kommt, vielleicht kann ich ihn ja doch nochmal blenden. Ich gehe mal davon aus, dass einer der anderen... Ah, nee, die anderen heilen sich. Die Fang heilt den Ace. Aber danach wird bestimmt jemand helfen gehen von den beiden. Deswegen, ich bleib erstmal hier. Und mach den letzten Generator, würde ich sagen. Kriege ich Punkte dafür, wenn ich die Falle lege? Ich meine... Ich lege sie einfach mal. Was soll ich damit? Gleich ist die um eine E-Fo-Bäume. Kann ich sie eh nicht mehr nutzen. Okay, der andere Ace wurde erwischt. Aber der Jen ist durch. Selbst wenn er jetzt Nöte hat, müssten wir eigentlich das hinkriegen, denke ich mal. Alle Leute rauszukriegen. Wenn wir nicht komplett reinscheißen. Ich meine, wir sind mit Randoms unterwegs. Man weiß ja nie, ne? Ey, Finjan, moin moin. Und Tokka, hallo. Wie viele Stunden habe ich auf TBD? Ich glaube, 6, 7 oder so. Oh, warte mal. Wurde scheinbar mit der Taschenlampe geradet. Wird mal ruhig jemand tanken können, finde ich. Okay. Okay, er rennt den Verletzenden hinterher. Finde ich gut. Dann gehen wir hier wieder ran. Will ich das aufmachen oder nicht? Glaube schon. Oder? Ist so schwer mit Randoms. Lass mal eben auf 99. Falls jemand erwischt wird. Ha, siehste. Selbst wenn jetzt jemand hier nah dran erwischt worden wäre, ist es komplett egal. Weil niemand tot ist. Also 99er Ausgang tötet aktuell sowieso niemanden. Aber zumindest geht der Timer dann nicht los. Ach, es war Adre. Uh, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Zadej, moin moin. Es war Adre bei dem einen. Okay, das ist natürlich geil. Da hat er Demo dann aber auch nicht mitgerechnet. So, für die Rennungsaktion würde ich sagen, machen wir auf, oder? Damit wir auf entspannt tanken können. Sprintboost. Ich renne noch mal kurz. Ich renne zu ihm. Er hat ja gesehen, wo der Ausgang ist. Er hat ja gesehen, wo der Ausgang ist. Der andere heilt sich. Die darf sich jetzt nur nicht treffen lassen, solange ich noch nicht da bin. Das wäre wirklich blöd. Der lässt sich treffen. Oh! Come on, Spiel. So, ich war ja auch erst einmal am Haken. Alles gut. Aber das Ding war ja wohl sowas von durch. Okay. Dann reset it auf entspannt. Und dann könnt ihr mich auch easy retten. Vor allem, ich habe einen Sprintboost. Plus... habe ich dann ja auch noch geliebe Zeit und so weiter drauf. Also... Eigentlich bin ich raus, ne? Geh! Geh! Hallo, Chap! Moin, moin! Willkommen! So, die Resetten dahinten. Und dann sind wir gleich zu dritt. Andere Ausgang... Sekunde mal. Andere Ausgang ist doch hier links, oder? Meine schon. Let's it go! Zu dritt brauche ich, glaube ich, nicht mal selber tanken. Ich glaube, ich kann einfach auf egoistisch losrennen. Richtung Ausgang. Einfach weiter rennen. Ihr seid eh zu dritt. Sehr gut. So, Sprintboost. Da ist der Ausgang. Die Fang muss halt jetzt nochmal eintanken. Hat sie auch? Jetzt weiß ich nur nicht, ob die beim anderen Ausgang sind. Ah, sind sie nicht. Die hingen noch gar nicht. Der eine Ace hat sich schon mal geheilt. Der andere ist dort. Dabei eng werden. Das können jetzt aber wirklich eng werden. Da vorne hängt sie. Mein Sprintboost wird nicht nochmal fertig, glaube ich. Aber gut, schauen wir mal. Timer tickt ja auch langsamer, solange irgendwelche Leute verletzt sind. Let's go! Der andere geht raus. Oh, come on! Leute, ich glaube, das hier bringt mir mehr, oder? Wenn ich einmal so mache und dann einen Sprintboost hole. Schaffe ich es so? Schaffe ich es so? Los! So, recht in der vorne. Oh mein Gott! Ich habe es geschafft! Ich habe sie nicht da. Oh nein! Habe ich sie geblockt? Nee! Ich habe sie nicht geblockt, oder? Oh mein Gott! Ich habe keine Ahnung. Das war so knapp. Aber fürs Team, Leute. Für die Punkte meine ich. Oha, ey, Bulli. Dankeschön. Zehnter Monat. Vielen Dank für den Resub. Vielen, vielen Dank. Moin, moin. Crazy. Schade, dass sie es nicht geschafft hat. Sie wäre flink unterwegs. Hätte sie nicht vielleicht irgendwo noch so durch flink... Aber wahrscheinlich hat er sie geblockt. Wahrscheinlich hat er sie geblockt. Ich glaube, so knapp bin ich aber wirklich noch nie hier rausgekommen. Wie knapp wollen sie entkommen? Ja. Oh, Leute, ey. Also, knapper wäre es jetzt wirklich nicht mehr gegangen. Aber man muss ja auch den guten Willen zeigen, dass man die Leute da nochmal rettet. Die haben mich schließlich auch das ein oder andere Mal dann vom Haken geholt. In diesem Sinne, GG. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr so ist, lasst ein Like. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Hau da rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.